So, ihr Superficker, weil Penis, ich schneid das zusammen, ey Mochti, verpiss dich. So meine lieben Supersuchtis, ich bin's Mr. Deutscher, ihr habt mich lange nicht mehr gehört und das auch aus einem verständlichen Grund, denn ich habe zu viel zu tun und bin nur am Wochenende zu Hause. Im Jugendknast, nie. Halt's Maul, ey. Wenn man's so sieht, könnte man das meinen, aber nein, ich bilde mich weiter. Im Jugendknast. Ja, ich studiere Straße. Nein, ich bin hier auf unserem Supersuchtis-Server und wie ich jedes Mal feststellen muss, ist hier nichts los. Und woran liegt das? Entweder haben wir zu viele Faggots, die einfach nur auf der Konsole spielen, oder ihr spielt nicht, weil ihr von diesen Servern abgibt. Und weil er noch nicht gehört hat, bzw. weil er noch nicht genug promotet wurde. Tja, Leute, was ist los mit euch? Warum spielt ihr nicht mit uns? Guck mal, bam, tot ist er. Jedenfalls gammeln wir überwiegend nur zu viert auf diesem Server. Das macht mich einfach nur traurig. Ach, was erzähle ich hier. Jungs, kommt hier drauf. Ehrlich, das ist langweilig. Ja. Ich kann den Masse nicht immer so wegown. Ey, ich wollte gerade sagen, dass ich dich die ganze Zeit töte. Aber okay. Wo bist du? Ich habe dich vorhin gesehen. Ich dich auch. Und das hast du vielleicht auch gehört. Genau das ist das, was ich meine. In 2.2 macht das einfach keinen Sinn. Und das Schlimme ist, wenn hier keiner drauf spielt, ist hier die ganze Zeit Teheran Highway. Ja, genau. Und die wenigen Leute, die wenigen Leute, die kommen, die sehen halt nur diese Map. Und dadurch, weil so wenige hier spielen, beginnt auch die Rotation nicht. Es hat geklingelt. Einen Moment. Meine Fresse, ey. 3 Minuten jetzt sinnlos rausschneiden, oder was? Ich habe vergessen, wo ich war. Du warst, weil keine Leute spielen hier drauf. Ja. Und dementsprechend wechselt die Map auch nicht. Und ich spiele seit Freitag nur diese Map wieder. Das ist schlimm. Das ist echt schlimm. Echt. Schlimm. Echt, ey. Schließt euch den Widerstand an. Den Beischlaf, was ich gesagt habe. Irgendwann nicht zu lachen, leider. Komm ich aus der Konzentration raus. Die Supersucht ist Gameplays Community Deine Mutter. Wir brauchen kein Intro. Hahaha.